Deswegen sehen wir zu, dass wir auf jeden Fall von der Seite erst mal gucken, dass wir die Garage aufkriegen. Ja, da müssen wir jetzt schauen. Guten Tag, Entschuldigung, wer sind Sie? Ich bin Janina Friedrich. Ich wohne hier und mein Freund Peer. Was ist hier los? Sie wohnen hier nicht, hier wohnt Ihr Freund. Können Sie uns was dazu sagen, ob Ihr Freund zu Hause ist? Der müsste zu Hause sein. Ich komme vom Sportcamp. Ich wollte ihn überraschen. Ach, Sie waren vorher gar nicht hier zu Hause? Okay, stellen Sie das erst mal an die Seite. Sie müssen mir ein paar Informationen geben. Kommen Sie mal mit jetzt. Der Sau! Wir wurden alarmiert von einer Nachbarin, dass im gegenüberliegenden Haus eine starke Rauchentwicklung sein sollte und Hilfeschreie zu hören sind. Als wir eingetroffen waren und ich mir eine Lage gemacht habe von der Einsatzsituation, hörten wir allerdings keine Hilfeschreie mehr. Das hat natürlich nichts Gutes zu bedeuten. Wir müssen mit dem Schlimmsten rechnen und wir mussten unbedingt sofort da rein. Jetzt. Auf Streife die Spezialisten. Der muss auf jeden Fall hier sein. Ja, klar. Jungs, da muss auf jeden Fall noch jemand da sein, sagt die Dame. Deswegen geht erstmal gucken. Geht erstmal da rein. Geht erstmal rein. Alles klar. Sag mir bitte, geh mal rein und guck sofort nach dem Taster, dass wir die Garage aufkriegen. Ich kam eher vom Sportcamp zurück. Drei Tage eher, weil ich meinen Freund Per überraschen wollte. Wir sind nämlich erst seit drei Monaten zusammen und hab mich total auf ihn gefreut. Und auf einmal stand da die Feuerwehr und alles. Und was ist, wenn Per in der Garage steckte? Ich hab mir totale Sorgen gemacht. Können Sie mir sagen, was das hier für ein Fahrrad ist? Das ist nicht von Per oder nicht. Die Eltern haben das Fahrrad mit. Die sind ja im Urlaub. Also ich weiß nicht, von wem das Fahrrad ist. Das ist ja ein Damenfahrrad hier, ja? Ja, guck mal, ist der doch da? Ja, hier glaube ich. Ja, genau. So, Sie gehen erstmal noch ein kleines Stückchen zurück. Ihr gebt mir mal sofort Rückmeldung. Ja, wir kommen mit einem brennenden Fahrzeugsitz raus. Ja, ist verstanden. Wo ist denn wer? Ich kann's Ihnen nicht sagen. Kommen Sie mal bitte noch ein Stückchen zurück. Was ist hier passiert? Okay. Schaut mal nach, ob da noch jemand drin ist. Haben Sie denn einen Schlüssel für das Haus? Nee, aber es gibt hier einen Zweitschlüssel. Da vorne ist die Tür. Soll ich schon mal hoch? Nee, Sie bleiben erstmal hier aus dem Gefahrenbereich. Hier ist eine Person. Das Käfig. Einsatzleitung hört kommen. Wir haben hier eine Person in einem Metallkäfig. Wir schaffen eine Abluftöffnung und müssen das irgendwie aufschneiden. Das ist verstanden. Der Käfig muss drin bleiben. Der kann nicht rausgenommen werden. Der muss in der Geraden befreit werden. Abluftöffnung wird geschaffen. Verstanden? Nachdem der Rauch verzogen war und ich einen Einblick in die Garage errschen konnte, fehlte mir die Sprache. Wir haben einen Käfig vor uns gefunden. Dort drin war ein Mann und neben ihm lag ein Schweißgerät. Zu dem Zeitpunkt ging's dem Mann nicht gut. Er war nicht wirklich einsprechbar. Der muss auf jeden Fall da drin, was du selber gemacht hast. Okay, hat er sich selber eingeschweißt? Ja, selber eingeschweißt. Da können Sie mir nichts zu sagen. Also nicht, dass er irgendwas bauen wollte. Nee, ich meine, der... Geh du zur Betreuung, wie da kann nicht der RTW da ist. Er macht sowas Hobby-mäßig. Ja, er kann das. Aber ich weiß nicht, warum er diesen Käfig bauen wollte. Ich kann das Ihnen nicht sagen. Das ist Ihr Freund Per? Ja! Okay, beruhigen Sie sich erstmal. Wir sehen zu, dass wir ihn so schnell wie möglich auskriegen. Ein Detail gab für mich absolut gar keinen Sinn. Warum war dieses Schweißgerät im Käfig drin? Das ist echt merkwürdig. Was gucken Sie so? Was ist da mit? Das ist Marte Tee, das trinkt Per gar nicht. Das ist... Okay. Hä? Der hasst das Zeug. Er trinkt das nicht? Nein. Ich frag und schreib, von wem das bitte schön sein soll. Okay, wir stellen das erstmal an die Seite. Das ist ja dann schon komisch. Wenn er das nicht trinkt, dann muss ja eventuell noch eine andere Person hier gewesen sein. Gehst du mal gucken, wo der Rettungsdienst bleibt? Genau, ich komm sofort wieder an. Du bist ja hier. Okay. Und Sie tun mir mal eingefallen und gucken Sie sich mal hier oben, ob hier noch irgendwas komisch ist. Ja, das Fahrrad ist ja klar. Das ist Frauenfahrrad. Hallo, können Sie mich hören? So richtig ansprechbar ist er auch nicht. Von mir müssen die Jacken? Die ist nicht von mir. Was haben Sie da jetzt? Eine Mädchenjagd. Also die ist nicht von mir. Das ist ja alles komisch. Das weiß ich nicht. Wir machen jetzt erstmal Platz für die Rettungskräfte. Peers Handwerk ist total begabt. Er macht hobbymäßig immer gerne was. Aber das mit diesem Käfig, das ist so gut. Peer hat schon mal erwähnt, er würde gerne was ausprobieren mit diesen Fesseln. Aber ich stehe da gar nicht drauf. Möchte das nicht. Und dann haben wir es auch gelassen. Aber was hat diese Damejacke zu bedeuten? Dieses Mateteer und das Fahrrad. Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, was hier los ist. Ob er das mit einer anderen ausprobieren wollte? Na, ganz ehrlich, holt mir den Vogel da raus. Ja, okay. Zügig. Ah, warte. Stopp, 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 stopp. Guck mal, er hölt sich ja schon. Super gar nichts. Er hat aber nicht so gut gearbeitet hier. Zum Glück, zum Glück. Pass auf, komm. Ist doch schon los, ne? Ja, muss ich den nach vorne wegkriegen. Ja, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Da hat er zum Glück schlecht gearbeitet. So, hey. Noch vermuten die Spezialisten, dass der 26-Jährige das Bewusstsein durch eine Rauchvergiftung verloren hat, nachdem die Funken des Schweißgerätes den Brand ausgelöst hatten. Während sie Peer versorgen, fragt sich Janina, ob ihr Freund sie mit einer anderen Frau betrogen hat, um seinen sexuellen Neigungen zu folgen. Hallo. Wollen Sie uns weg? Ja. Was ist los? Nix, wir gucken jetzt erstmal, machen erstmal das EKG dran. Okay. Wieso ist er nicht bei Bewusstsein? Das versuchen wir auszuprobieren. Beruhigen Sie sich, die Rettungskräfte kümmern sich jetzt erstmal um Ihren Freund. Kein Puls. Kein Puls? Ja. Hat er irgendwelche Vorerkrankungen? Ja, der hatte schon Vorerkrankungen mit dem Herz, er muss auch Herz-Tabletten nehmen. Er nimmt Medikamente. Die Situation des Patienten hat sich auf einmal so schlagartig verschlechtert, dass ich gar keine Zeit mehr hatte, den Notarzt oder den Telenotarzt zurate zu ziehen. Wir mussten handeln, wir mussten ihn defibrillieren, um sein Leben zu retten. Wieso, alle weg vom Patienten? Alle weg. Defibrillation, schockt. Sie kümmern sich jetzt. Danke. Komm mal, warte, komm mal. Nee, da ist ein Ritter. Aber der kommt, der kommt. Der kommt, der kommt. Kannst du mal gucken oder ihr mal gucken, was für Medikamente er nimmt oder sowas, das wäre jetzt hier wichtig. Kurze Info für Sie, was gerade passiert ist. Wir hatten gedacht, er hat eine Rauchgasintoxikation, aber das, was er gerade abgespielt hat hier, das kann nicht im Zusammenhang mit dem Rauch gestanden haben, weil er ist auf einmal sehr, sehr schnell geworden und ist dann halt so schnell geworden, dass das Herz gar nicht mehr, zwar gepumpt hat, aber keinen Auswurf mehr hatte. Er hatte im Prinzip keinen Kreislauf mehr und deshalb ist er wahrscheinlich auch bewusstlos geworden. Und das ist, deshalb haben wir jetzt Strom gegeben, das Herz schlägt jetzt wieder zu schnell, immer noch, aber er hat wieder einen vernünftigen Kreislauf, er hat einen Druck, das heißt, es funktioniert gerade wieder alles. Ich weiß, dass mein Freund seit der Geburt einen Herzklappenfehler hat und dass er seitdem auch Medikamente nehmen muss, aber was das genau für Medikamente sind, weiß ich leider nicht. Aber ich frage mich auch, warum das alles jetzt so schlimm geworden ist. Oh, hier liegt ein Handy. Was, ist das Ihr Handy? Nee, das ist nicht mein Handy. Okay, ja. Schauen Sie mal nach, wo Sie die anderen Sachen haben, ich weiß es nicht genau. Oh mein Gott, was ist das? Ihr, fassen Sie es mal nicht an, was ist das denn? Das ist ein Ohr. Ist das echt? Nein, das ist ein Gummirohr. Können Sie mir was dazu sagen, was ist das denn hier für ein krankes Scheißzeug? Ich weiß es nicht, das ist echt krank. Und das Handy gehört definitiv nicht Ihnen. Nein, das ist nicht mein Handy. Ganz kurz, das hört sich jetzt doof an, es tut mir sehr leid, dass ich das sagen muss, aber wir haben eine Damenjacke, die keinem gehört, Ihnen gehört hier nicht. Nein. Wir haben ein Damenrad, Sie haben gesagt, das gehört nicht hierhin und wir haben Marte-Tee, den Ihr Freund überhaupt gar nicht trinkt und mit einer Tasse. Also irgendwas ist doch hier jetzt total faul und jetzt haben wir noch ein rosa Handy. Hier stimmt was nicht. Was ist das denn hier nochmal? Schauen Sie sich das mal an hier. Oh mein Gott. Das sind Puppenteile. Mit Blut angemalt. Was hatte der vor und wer wäre dabei? Was ist hier los? Also ich weiß nicht, was das für ein Fetisch ist, aber das ist ein ganz kranker Fetisch, wenn das ein Fetisch sein soll. Schauen Sie sich das mal an hier. Taurin. Nehmt Ihr Freund Taurin? Nein, er nimmt Herztabletten. Sie warten kurz, ich gebe das mal den Rettungskräften. Das kann sein, dass das damit zu tun hat, warum er so ein schnelles Herz hat. Der Patient nahm irgendwelche Herztabletten ein und Taurin-Tabletten. Diese sind halt von der Dosis bei 1500 Milligramm gewesen. Das ist eigentlich schon die Tageshöchstdosis. Wenn er davon mehrere genommen hat, erklärt sich auch dieses Herzrasen, was dann halt dazu geführt hat, dass es halt für ihn problematisch wurde. Das ist halt eine Wechselwirkung wahrscheinlich mit den ganzen Klamotten, die er sonst noch so einnimmt. Also was ist hier los? Von wem ist das Handy? Ich drehe langsam durch. Verstehen Sie das? Psst! Da ist doch jemand. Ich höre doch eine Stimme hier. Hallo? Von hier oben. Hier riecht jemand. Hallo? Was ist denn das? Hallo, guten Tag? Kommt Sie mal vorsichtig von mir. Hallo? 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 Hier spricht die Feuerwehr. Das ist Carla. Das war Pears Ex, Carla. Also ich frage mich, was das Ganze hier soll. Hat er etwa versucht mit ihr diese kinkige Fantasie auszuüben? Aber dann frage ich mich, warum war er im Käfig und warum lag sie da oben in der Wohnung? Auch die 24-jährige Carla ist nicht ansprechbar. Während Janina erst einmal verdauen muss, dass sich Peer heimlich mit seiner Ex-Freundin getroffen hat, sucht der Einsatzleiter weiter nach Erklärungen für die bizarren Objekte und macht schließlich eine überraschende Entdeckung. Ich habe hier eine Mappe gefunden. Filmhochschule. Filmhochschule von der Idee zum Drehbuch. Schauen Sie mal, da ist der Käfig. Also das sieht mir jetzt nicht aus, oder ist das jetzt ein Fetisch-Film? Käfig, stabil, verschweißt. Das sind doch die Puppenteile hier. Da müssen wir mal fragen, was da los ist. Also das ist jetzt ganz komisch. Ich weiß, stimmt. Aber da ist ja irgendwas Geplantes dran. Ich weiß, dass sie stimmt. Sie studiert Film. Okay. Sie studiert Film? Ja. Die gute Dame, die jetzt oben liegt? Ja. Ja. Befragen Sie mal. Wir gucken mal nach dem Zustand der Patientin und fragen mal danach. Vielleicht kriegen wir da eine Antwort jetzt. Oh Gott, ist das komisch. Und wie schaut es aus? Ja, es geht schon. Ich habe schon wieder ein bisschen Dach genommen. Ja. Okay. Das Sprunggelenk wird wahrscheinlich hin sein. Ja, lass dich mal einmal ganz kurz hier. Das Kühlkatz ein bisschen. Ich lasse das erst mal so drauf. Wie geht es Ihnen denn jetzt? Darf ich Ihnen mal eine Frage stellen? Sie ist noch nicht so ganz auf dem Kamm. Also das mit dem Sprunggelenk kann ich wunderbar erklären, weil die wird wahrscheinlich umgeknickt. Sein mit dem Schuh hier, da hat sie den Absatz zerrissen. Dann willst du für die Treppe hier runtergekommen sein? Ja, ich weiß nicht, von wo sie gekommen ist. Wahrscheinlich von da, ja. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, das ist die Ursache dafür und vielleicht auch die Ursache für den Sturz gewesen. Aber warum das jetzt alles so passiert ist, kann ich Ihnen noch nicht mal so sagen. Gute Frau. Sie ist ein bisschen benommen. Sie hat eine Kopfschmerzen, wahrscheinlich eine Gehirnerschütterung. Ja. Was da rauskommt, kann ich Ihnen jetzt noch nicht so hundertprozentig versagen. Gute Frau, hier spricht der Robin von der Feuerwehr. Hallo. Ich habe da mal eine Frage. Wie ist das denn passiert? Was ist, ich habe nämlich hier eine Mappe gefunden. Und zwar ist hier nämlich der Käfig drin, den wir nämlich gerade unten in der Garage gefunden haben. Und für uns ist es total unschlüssig, was macht der Herr in dem Käfig, warum sind Sie hier oben verletzt und warum sind Ihre Sachen hier in dem ganzen Haus verteilt. Und das Friwofelste ist natürlich, was machen die Körperteile oder die Puppenteile hier. Ich bin Studentin. Okay. An der Filmhochschule. Ja. Und ich muss einen Abschlussfilm drehen. Okay. Das wird ein Horrorfilm. Mhm. Ein Haiangriff am Baggersee. Okay. Und diese ganzen Sachen unten, die gehören auch dazu. Okay. Das sind die Haiopfer. Und der Pär, der sollte mir helfen. Er sollte mir den Käfig zusammenschmeißen. Ja. Und können Sie mir jetzt sagen, wie der Herr jetzt in den Käfig gekommen ist und was da genau passiert ist? Ich habe auch nur Rauch gesehen. Okay. Und dann wollte ich Hilfe holen. Ja. Aber mein Handy war hier oben, also bin ich ganz schnell hoch. Okay. Und beim Runtergehen an diesen scheiß Schuhen bin ich dann hingefallen. Das erklärt natürlich, dass wir das Handy unten gefunden haben und Sie nicht sofort gesehen haben. Das Handy runtergefallen dann. Okay, ja. Und ansonsten wissen Sie aber auch nicht, dass der Herr da sich eingeschweißt hat in dem Käfig? Ach so, nein. Und da ging auch wirklich gar nichts? Nein. Warum? Nein. Wir haben wirklich nur an dem ganzen Kram gearbeitet. Okay. Ich habe da Taurintableten gefunden. Hat er die genommen oder was? Ja, die haben wir genommen, damit wir einfach wach bleiben. Und alles fertig schaffen. Okay, dann ist ja für mich jetzt auch die Zeit. Janina ist fassungslos, weil die Kombination aus Wachmachern und Herzmedikamenten ihren Freund fast das Leben gekostet hätte. Da die Sanitäter den Kreislauf des 26-Jährigen mittlerweile stabilisiert haben, ist nur noch die Frage zu klären, wieso sich Peer selbst im Käfig eingeschweißt hat. Ja, was machst du? Von den Werten ist das alles so, wie es soll. Wir haben ja das Taurin gefunden und die haben ja für morgen das Projekt soweit fertig, dass die morgen Drehbeginn haben für so einen komischen Horrorfilm. Deswegen haben die ja diesen Haikäfig gebaut da. Ganz dubiose Geschichte. Aber wie gesagt, mit dem Taurin, weil die nachts durchgearbeitet haben, haben sie das geschluckt und meinen, sie könnten dann besser arbeiten. Ja. Das ist natürlich der Grund. Ich würde das erklären, wo die ganze Problematik herkommt. Wenn das Herz vorgeschädigt ist und dann so ein Zeug in sich reinpumpt, dann kann das gut und gerne mal passieren, die ganze Geschichte. Ja, ich würde ganz gerne nochmal mit dem Sprechen. Also soweit fit? Ja, na komm, alles gut. Ja. So, hi. Hallo. So, mir ist noch eine Frage offen und ganz wichtig ist, wie ist das denn passiert, dass du jetzt in einem Käfig eingeschlossen warst und wie ist es zu dem Brand gekommen? Ich habe gesehen, ein Schweißgerät war da drin, du hast aber auch geflext oder sowas. Ich kann es dir gar nicht so genau sagen, wie ich mich da eingesperrt habe. Ich war so benommen, ich kam gar nicht klar und dann bin ich weggetreten. Okay. Das war einfach eine Reihe unglücklicher Umstände. Zum einen nimmt er die Herzmedikamente, dann daraufhin die Taurintabletten. Das ist natürlich wahrscheinlich diese Wechselwirkung gewesen, warum er in dem Käfig, das ihm schwindelig geworden ist. Daraufhin wahrscheinlich das Schweißgerät fallen gelassen hat, weil er zu dem Zeitpunkt geschweißt hat. Das Schweißgerät fällt hin, die Funken fliegen und dann natürlich auf den Sitz und das hat natürlich den Schwerebrand ausgelöst. Und so vermute ich, dass es gekommen ist. Dank des Einsatzes der Spezialisten erholte sich Peer schnell und trug keine bleibenden Schäden davon. Weil er Janina nicht beunruhigen wollte, hatte er verschwiegen, dass er Carla bei ihrem Filmprojekt helfen wollte. Janina hat ihrem Freund die Heimlichkeiten verziehen. Aber sie hat ihm das Versprechen abgenommen, nie wieder Tabletten ohne ärztlichen Rat zu schlucken. Kein Abend Kein Abend Kein Abend Pein Abend Pein Abend Untertitelung des ZDF, 2020